Hallo Leute, ich sitze gerade im Green Hill Park. Das ist ein Park in der Nieder, wo ich wohne. Und ja, hier gibt's zum Beispiel Tiere. Da hinten. Ich krieg mir auch ein paar reingezoomt. Da zum Beispiel ist eins... ...behe gewesen. Aber deswegen bin ich nicht hier, sondern ich bin... ...hier, weil ich eine Seite in meinem neuen Buch verunstalten möchte. Und ja, schlagen wir sie mal auf. Das ist die zweite Seite in diesem Buch, die ich anfange. Das ist... Versieh diese Seite mit Ein Geruch deiner Wahl. Okay, fangen wir an. So, bevor wir anfangen, werden wir erstmal die Seite nummerieren. Das ist ja Seite 2, die wir hier drinnen machen. Tun wir das mal ganz kurz. Schrauben wir kurz 2 rauf. Und dann haben wir das. Mit diesem Zweck habe ich mir mein altes Deo genommen. Da ist nicht mehr viel drin. Und damit fangen wir jetzt auch einfach an. ... ... ... ... ... ... Ja, riecht gut. Ja, vielleicht können wir noch ein neues noch machen. Das richtig gut riecht hier. Und das sollte, glaube ich, ausreichen. So, wie ihr seht, ist da ordentlich Geruch drauf, ihr könnt es auch riechen. Ja, das ist los. Ein bisschen durchblättert sieht man, dass es richtig schön durchgedrückt ist. Naja, das heißt, er macht das Buch fertig. Stinkt jetzt nicht nur die eine Seite, es stinken wahrscheinlich jetzt die nächsten zehn Seiten danach. Naja. Das war's denn auch schon wieder.